ja willkommen mein name ist aniel b und ich begrüße euch zurück zu let's play fallout 4 in der letzten folge haben wir uns auf einen auftrag von dem minute mann gemacht ein paar anderen siedlern zu helfen und die wollen dass wir ein paar guhle erledigen und auf dem weg dahin sind wir ein notsignal gefolgt das uns hier eingeführt hat wo wir auch zufälligerweise auch wegen den golen hin müssen also ja und gerade sehr gerecht waffenkammer ok so und habe ich mein meister skill im schlösser knacken darin wird er wohl auch nicht mal sehr schmackhaftes sein ja wer das ist ja nur nervige ist jetzt immer noch nicht warum man nie die zerbrechende haarklammer hat also die letzte stufe von schlösser knacken die werde ich mir auf jeden fall nicht holen das wäre immer verschwendung habe ich zwar ein bisschen weniger frost beim öffnen aber oh gott hallo das ist eine power rüstung hi was bist du denn vertrockneter wilder gohl wir machen uns bestimmt fertig wenn wir öffnen das ist eine machen wir das okay dann kann ich nicht erst einmal gegnern wir sind ich habe die tür geöffnet ich glaube hier so ein einsteiger schloss hält mich hier noch auf das wäre es ist schon blöd ich kann ich sehen was hat für eine waffe ist sie aus wie ein lasergewerber ist so blöd hat die ganzen effekte hervor sind jemals guckmann das ist kann ich den aktivieren was sagt mir ich kann ihn gar nicht treffen von aus kretschen habe ich dann getroffen ja dann machen wir dem so geschafft aber dann machen wir uns jetzt fällig jetzt nicht ich habe jetzt er wäre so richtig super über mega boss der tür das ist ein watt wesen stand ja als ob ich jetzt paus und mitnehmen kann hat wiegt 20 35 47 könnte ich da musste ich weniger müll mitnehmen was leichter gesagt was okay aber wie geht man noch mal raus mit wix zurückhaltende ausrüsten 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 damit wir von uns kerne habe ich das kann ich mal die findet hier also was hier kommen dann auch mal in der pausen wobei die lehrers bringen wir die irgendwie nach sanctuary oder so ich habe etwas hier drin weil brauchen tue ich die eigentlich nicht im moment bei irgendwie so eine siegnung wo ganz viele power rüstungen sind zum teufel manchmal irgendwie mir was gesagt konvisionskern oder so ne extra weil ich jetzt hier eine paar rüstung anhaben oder wird da brauche ich irgendwie bessere sachen habe ich das gefühl halt mal eine idee wenn die ganzen länger ja 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 man macht so spät hilfe wisse jetzt lässt er sich nicht treffen ich krieg die krise das ist ein ganzer grafik hier ja 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 klar ja klar weil noch stärker ist und ist klar ich schaffe dort locker ja es ist selbst zu nah hat kommt ihr einfach mal so ein nach bord hier raus der mich fertig macht er junge ich glaube ich habe ich locker den typen ist kein ding ich gehe da oben hin das gold ist gut lass mich doch mal mein gott mein gott mein gott ja kein problem der ding hat mache ich locker fertig ist klar das muss so leider ein bisschen weg gehen kollege kommt ja nicht hier hoch oder das ist natürlich blöd da ist jetzt hier und noch immer auf einem fuß hat ich muss schon ein bisschen raus kommen ich kann mich treffen kommen wir nicht runter kann sie vergessen ja ja aber ich kann es auch nicht mit dem käden werfer weil dann der steht direkt da vorne junge das bringt noch nicht mal weiter das ist natürlich eine chance gegen hat viel zwei steckt dass er bestimmt stärkste gegner nicht bis jetzt hier treffe noch nicht wenn es geht so kaputt so ein bisschen billig aber ich hab's ja gerade versucht nicht geschafft da ist jetzt ein bisschen billig aber es ist so eine bekannte position strong ist davor ich komme da nicht mehr runter ohne getroffen zu werden wenn er sich so einfach hier fertig machen das sind die meine schuld der kampf der jahrzehnten was willst du mich verdammt noch mal verarschen in die die explosion ist so stark um mich mit bei mir mit vollen ap wegzuhauen ehrlich ich werde nie wieder so viel glück haben ich werde er macht ich habe den fliegen der folge hochgehen er sei jetzt schon wieder ja was macht das seien irgendjemanden fällig herr hat geht ein leiden schon nach vorsicht denkt irgendwo fest kann sein warum könnt ihr mal aufhören oder zieht gar nichts ab mann macht es mir doch nicht so schwer ja wie schnell ist er also ein sohn dinge macht alles fertig das frage ehrlich durch ein ok wahrscheinlich nicht in seine karavan wache aber er wird ein 30 minütiger kampf ging natürlich aber das soll ja ein klar ja 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 so bescheuert so ist auch von da kommt schon ich habe das so gedacht hat alle geschützt haben wir ja noch da sind ja jetzt wird auch noch eine farbe angegriffen also war ja mal wieder so so kann ich nicht besiegen ich krieg die koffer fasse er wie blöd sich strong treffen alter weiß nicht was ich gegen den machen soll ich mach mich fertig wenn ich da raus gehe rechnet der noch mit so einem typen mehr bringt überhaupt was da bringt gar nichts ne satt wat ist nur weg können wenn er explodiert ist das immer noch im leben weg wir sind noch am leben strong meint war nicht lustig linkes bein habe ich doch schon gibt resistenz junge war ein kampf sehr gekommen weil ich die postung genommen habe ja stimmen wir sagen wir gehen jetzt erst mal nach century oder so wie viel kostet eine andere zu machen und ständer ich will erst mal meine raststädte einlagern war ein bisschen zu viel action für diesen hat gott gut das passiert gerade level up haben wir auch bekommen ich weiß auch nicht ob ich mein level 21 irgendwann ehemalig und noch mal gucken schön lebendig draußen ja weil wenn ich zurückkommen ist ja nicht direkt wieder da habe ich irgendwie so weit und power ist zum stand nicht noch machen kann ja auch noch kann an für euch dafür super okay tun wir das ding nach century ich würde sagen so hat wir packen jetzt aber irgendwo hin das ist jetzt nicht getrennt das ist ein problem hier 51.000 und ergibt 200 240 40 90 ja die geben doch ein bisschen mehr helme und hause erst mal Was guckt denn so komisch naja sind ja hier mein gott das hat echt öfter mal benutzen blöde ich muss sie alle im momentan die teile es ist ein blöde gemacht und was man hier alles weg sterne bruder schafft dafür steht hat noch irgendwas ja mein schrott genau wir haben wir nicht viel erreicht ehrlich gesagt aber wir hatten verdammt guten kampf also wurde sei jetzt nicht gewesen glaube ich aber verdammt hart war er auf jeden fall so perfekt dann gucken wir mal rüstungs werkbank ich guck mal ob ich das kann ich nicht okay okay ich stehe in der brugerschaft und so kann ich nicht aber wir sagen schade ich gebe nur ein schaden dazu ich bleibe mein wort dingen treu das heißt natürlich das kommt weg gucken wir mal noch ganz schnell ob ich irgendwann aufladen möchte da war ich 31 da war ich 30 25 25 meister terminals hightech mods werde ich auch nicht schlecht ich würde sagen wir nehmen das hier haben mich meister termin jetzt auch klicken kann dann kann man jetzt alle terminale so dann sagen ich bin dem partie und dann versuchen wir in der nächsten folge mal ein bisschen fortschritt zu schaffen ich bedanke mich einheitlich für so schon sagt tschüss bis zur nächsten folge